Zu Beginn jeder Sitzung werden Sie von mir genauestens aufgeklärt und auch während der Behandlung erläutere ich Ihnen jeden einzelnen Arbeitsschritt. So ist es mir tatsächlich gelungen, vielen großen und kleinen Patienten die Angst vorm Zahnarzt zu nehmen. Mit viel Ruhe und Geduld, hohem Einfühlungsvermögen und guter Laune werde ich auch Sie an die Zahnbehandlung heranführen. Ich bemühe mich stets um eine schonende und stressfreie Behandlung. Das sollte schon beim Betreten der Praxis beginnen. Sie werden von meinem gesamten Team stets freundlich in einer entspannten Atmosphäre empfangen und werden so gut wie nie länger als fünf Minuten auf Ihre Behandlung warten müssen. Ich garantiere Ihnen in meiner Praxis eine Behandlung auf höchstem fachlichem Niveau nach den modernsten Behandlungsmethoden über das fast gesamte zahnärztliche Spektrum hinweg. Durch umfangreiche Fortbildungen in den Bereichen Zahnerhaltung, Zahnersatz und Ästhetik hoffe ich Ihnen stets eine fachlich perfekte Behandlung anbieten zu können. Sie erhalten von mir eine individuelle und faire Beratung. Eingriffe, die keinen oder fraglichen Nutzen für Sie haben, wird es bei mir nicht geben. Auf vielfachen Wunsch bin ich auch in der Lage, nicht nur High-End-Lösungen anzubieten, sondern auch Patienten mit schmalem Geldbeutel fachgerecht zu versorgen. Scheuen Sie sich nicht, danach zu fragen. Gesunde und schöne Zähne werden mittlerweile im privaten und beruflichem Alltag immer wichtiger. Genau das ist mein Ziel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017